Startposition. Nimm den Schlägerkopf nach oben, linke Hand locker am Schlägerherz und die Füße zeigen zum Netz. Split Step. Spring hoch kurz bevor der Gegner schlägt und lande auf den Fußbein im Moment des gegnerischen Schlages. Füße schulterbreit auseinander, knie leicht gebeugt. Schritt nach vorne in Richtung Ball. Im Treffpunkt. Vorhand aus geschlossener Fußstellung. Linker Fuß vorne, rechter Fuß hinter dem linken. Endposition. Das Gewicht ist auf dem vorderen Fuß. Schritt nach vorne mit dem linken Fuß. Oberkörper dreht nach hinten. Füße sind hintereinander. Trainingsaufgabe. Spieler abwechselnd Cross und Longline. Triffst du hintereinander Cross und Longline das Feld, gibt das einen Punkt. Ziel sind fünf Punkte. Dann geht's weiter.